hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play rom tool war 2 mit sparta und wir sind schon relativ weit im ja im norden sparta im norden genau letztes mal haben wir hier eine schöne kurze schlacht geschlagen hier eine schlacht geschlagen da unten warten wir jetzt auf unsere verstärkung vier runden diese ein bisschen angeschlagen aber hatte man genau dieser weichschienen gut so genau wie gesagt werde ich jetzt den norden und den westen erobern also spanien und so weiter mal schauen wie lange das dauert und dann versuche ich die das würde ich noch nicht machen will ich versuchen die zum bündnis zu überreden willkommen willkommen setzt genießt die freuden meines hauses und lasst uns eine übereinstimmen die götter fordern zu recht dem wir dürfen uns nicht auf eurem ja okay es ist es scheint so als wäre ein ein krieg unausweichlich aber das ist ja in ordnung das ist ja durchaus in ordnung dann würde ich aber bisschen mehr auf auf den osten gehen also nicht also ja ich weiß nicht also ägypten würde ich jetzt noch einnehmen weil dazu brauche ich ja nicht zwei armeen glaube ich also gerade braucht zwei armeen weil ich die eine schlacht ziemlich versaut habe die anforderungen 6000 nein ich zahl doch nichts damit ich euch nicht einnehmen kann da wäre ich ja doof so die ja ich muss mal schauen wo jetzt meine armeen stehen also ich glaube zwei wie könnt ihr dastehen und diese ratten freien lauf lassen wann werdet ihr sie niederstampfen niederstampfen wir fordern nur ein geringes nicht angriffspakt für 6000 für vierte jahr vierter gut wenn ich die dann irgendwann zum klientel machen kann na gut also auch in ordnung 4000 ist ja wirklich nichts also ich glaube ich habe zwei armeen im norden eine im westen in frankreich zwei das weiter sammeln oder kapallerie ausbildung machen wir mal die ausbildung diebstahl diebstahl alle stehlen von mir gold so so hatten die noch brauchst du schilder oder was so bevölkerungsüberschuss in syria das ist ja herz aller liebst dann machen wir mal das dann wobei da können wir eigentlich ja doch machen wir das ein bisschen hygiäne also an sich macht das keinen sinn wir wir hätten mani machen können aber ja für mich macht das denn das war gut dann eine runde dann wird kapituliert wahrscheinlich brauche ich die verstärkungsarmee dann gar nicht weil ja außerhalb den truppen der tore sind die nicht mehr ganz so bedrohlich also ich hier ist eine armee da ist eine 2 im ägypten kann ich mal schauen was da unten so los ist hier gehe ich mal nach da also da ist eine armee da ist eine armee ok äh königlich egal was werde ich denn mit denen nochmal machen die standen jetzt die ganze zeit da ne ja egal ähm genau hier ist noch eine fullstack armee da kann ich ja das da einnehmen und dann von hier nach da expandieren so sparta lässt grüßen die frage ist jetzt ähm die frage ist welche armeen ich jetzt äh richtung partien schicken kann also ich habe insgesamt 1 2 3 4 5 6 armeen also in der siebte würde ich vielleicht anfangen warte mal äh ich glaube ah in in einer runde okay dann fange ich nächste runde an eine neue armee zu bauen hier ist auch in einer runde äh da brauche ich eigentlich nicht da ist auch bald okay dann äh mache ich hier gleich eine neue armee genau und hier oben werde ich eine äh abziehen ich glaube die unbesiegbaren kann ich abziehen ja eine runde bleibe ich noch oder äh spartas mythos spartas mythos kann ich natürlich auch äh äh warte ich mach mal ein bisschen leiser ähm also meine körper so spartas mythos hm 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 ok warte ich ok hm 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 oder ich lasse es einfach so weil dann habe ich also hier habe ich eine die kann hier das aufräumen hier habe ich eine da da habe ich eine die kann ja so eben ist noch relativ groß dann gehe ich mit denen hierhin mit denen dahin mit denen mache ich hier die runde und geht dann nach da mit denen greife ich hier an gehen auch da mit mit der einen gehe ich dann nicht hier rum und mit der da gehe ich dann richtung syria und hier fange ich eine neue armee an also am anfang sollten zwei armeen ausreichen vor allem wenn wir eine armee dann mit helden spartas und so weiter ankommt das sollte eigentlich reichen da bin ich mal auch super gespannt weil der check und ich fang spielen jetzt mit der kampagne weiter also mit der syrakus gegen syrakus seelokiden gegen sparta und ich bin mal sehr gespannt war nicht da war nicht da gegen ihn kämpfe überhaupt und wann wir also richtig krasse armeen haben also klar er hat er hat schon eine kasse armeen also sparta hat ziemlich schnell krasse armeen ich auch also ich habe ja jetzt schon eigentlich die besten armeen die ich haben kann aber mich würde es halt richtig interessieren was passiert wenn zwei richtig 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 heftige armeen von uns beiden aufeinandertreffen also wenn er die die königlichen spartaner hat und so weiter also wenn wir schon so krass abgeht das wird dann sehr interessant so und weiter also da könnt ihr euch auch schon mal freuen auf neue let's plays wir haben jetzt gestern au katharische hopliten was machen kathar oder der sagt auf jeden fall dass ich keine chance habe das bezweifle ich sehr das bezweifle ich sehr also katharische hopliten sind gar nicht schlecht die sind überhaupt nicht schlecht ähm veteranen schildkrieger sind auch ganz gut schwertkämpferinnen das sind die sind wahrscheinlich also die kenne ich gar nicht so gut die sind wahrscheinlich ähnlich mit den gladiatorinnen also die haben sehr guten burst also charge damage also wenn sie angreifen haben sie guten damage aber sie haben schlechte rüstung wieso sagt er dass ich gar keine chance habe also ich meine im selbst im feld in der feldschlacht dürfte ich eigentlich keine probleme haben ich habe halt mehr als genug leute um ihn platt zu machen ich habe mehr 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 als genug ja warte das macht hier mehr ich habe die 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 So, dann... Kavallerie... Oh, die kann man eigentlich hier hingehen. Ja, die sind eigentlich... Ja, die kann hier hingehen. Steinschleuderer, ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Einsatz. So. So. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er irgendwie eine Chance hat. Ähm... So, und charge mal schön in die Phalanx rein. Oder nicht? Ah, hier der König. Sehr schön. Der König, mach's das vor, wie es nicht geht. Ja, sehr schön. So macht man das. So macht man das. Nicht so gut. Also... Sperrträger... Sperrträger sind natürlich... Ähm... Sperrträger sind natürlich schlecht für mich. Ich warte noch ein bisschen, bis der vorgeht. Aber wer du dauernd macht... Steinschleuder! Zu euren Diensten! Doppelte Geschwindigkeit! ich bin bereit so ich jetzt zu das ist gut mach ich mal hierzu die tun halt richtig weh die tun richtig schön weh die tun schön weh steinschleidere tun mir jetzt nicht ganz so weh aber hier brauche ich jetzt auch keine unterstützung ein da So, jetzt sind die da angekommen. Jetzt komme ich da an und komme da an. Das ist halt echt gemein, ne? Das ist schon echt fies. Hier machen die jetzt auch zu. Nein. Naja, die hätten fies sein können. Ach, Idioten. Hä? Hä? Wieso macht ihr das, ne? So, hier ist alles normal, in Ordnung. Jetzt machen wir hier zu. Die haben kaum welche verloren. Alles gut. Die gehen jetzt da hin und schießen auch da rein. Alles gut. Wir erwarten eure Befehle. Quartalische Pieken! Quartal! In der Reise! So, General will die jetzt auch töten. Wie ihr befehlt. Befehle verstanden! Zu euren Diensten! Quartalische Pieken! Karte! Masken! Schwer-Infarkerie suche... Mach dich doch! So. Gut, ne? Ja, die IDe kann sich auch nicht mehr bewegen. Adelsschwertkämpfer, sehr schön, jetzt mache ich mal da ein bisschen Dampf. Und hier hört man halt auf so einen Schmarrn zu machen, was ist da denn, ein fetter Pulk. Das passt schon. General, mitten in der Mitte, sehr schön, muss man hier auf. Oh, sieben Müller verloren, das ist in Ordnung. So, ich gehe mal da zurück. So, wieder raus, weil der hat nicht hier Kaufgeld angemacht. Das tut dann ein Biesel weh. Aber nur ein ganz bisschen. So, hier können wir mal ein bisschen aggressiver beingehen. Okay. Ach ja, das tut nichts. Die Spärkämpfer erwarten eure Befehle. Und schneller runter. So, mit ihr zu den Blickern. Und schneller nachladen. aber voll in den Rücken rein, geht er raus, ah der wurde angekündigt, der arme, komm raus, komm raus, die ignorieren dich, komm. So wie geht's da, ah der ist schon fertig, gut. Das ist alles fertig, ne, ja alles getrübt, sehr schön, habt ihr fein gemacht. So Pferde, ähm, ja wieder raus, ne. Ja, das ist ein bisschen kontraproduktiv. Das ganze. So, jetzt kann ich komplett dahin schießen. Ach komm, du solltest eigentlich den da. Ihr dürft jetzt zurück. Okay, ihr habt genug aufgehalten, sehr schön, habt ihr sehr fein gemacht. Und da kommt, Pferde, wieder weg. Bleib hier, die sich zu dem Rücken. Wacht da, zerstöcken Sie. Rechen zum Rentsatz. Wenn Sie angriffen. Der in die Tafel, der in die Tafel riecht, der in die Tafel riecht, der in die Tafel riecht. Jetzt die Pferde wieder raus. Die Pferde können ja jetzt da rein und die schießen jetzt da hin. Die Schlacht wendet sich zu uns. Jetzt wieder raus. Das ist gut. Feindliche Generaltot heißt es die ganze Einheit totes. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Ja, Kommandant. Zu Befehl. Befehl verstanden. Schneidet sie in Stücke. So. So mutt dat. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, Generaltot. Gut. Knapper sich. Eigentlich nicht. Also von 2600 Floren. Da achte ich jetzt nicht als knapp. 600 getötet. Ja, nicht schlecht. Ja, ja! Wenn ihr interessant wäre es gewesen, was passiert wäre, wenn wir rausgegangen wären aus der Stadt. also dass man als Spartaner die Schlacht die also die Stadt verteidigen kann allgemein als Grieche ist glaube ich safe kommt drauf an wenn der der Gegner viele Sperrwerfer hat also oder Bogenschützen dann ist es schwierig aber ja es ist halt sehr gut möglich gut der kommt aus der Stadt raus das speichern wir mal und wir werden die Schlacht das nächste mal spielen schlagen reißen gewinnen bis zum nächsten mal bleibt gesund und mutter bye-bye Bis zum nächsten Mal.